just servus und herzlich willkommen zu einem weiteren part von meine bildvorstellungen heute stelle ich euch die endgültige fassung quasi von meiner gagarin vor ich weiß ich habe schon erste bildvorstellungen zur gagarin gemacht und euch auf dem weg der entwicklung dieses schiffes meines ersten k6 schiffes mit geholt und heute will ich euch halt quasi das fertige schiff vorstelle viel vergnügen ja und wie immer kommen wir als allererstes zum equip wie man sehen es sind weiterhin die wie in der bild vorher die baul antiprotone die drin sind also diese gagarin fliegt auf baul antiprotone in der front vier dual strahlen bänke alle dementsprechend natürlich auch gerollt auf credit damage und damage den dark matter quanten torpedo da noch drin wobei man den mithole wm set bonus hauptsächlich mit lockers konsole also die zwei zusammen die baul strahlen bänke dual strahlen bänke bekommt man aus der tauschbörse oder aus der infinity box wenn man nämlich dann so eine nette waffen kiste dort raus zieht dann kann man die sich hole oder wie gesagt an der tauschbörse kann man sie sich auch kaufen die dark matter torpedo wie gesagt aus dem ruf und im ruf set natürlich kommt aus dem discovery ruf zusammen mit lockers konsole und set bonus der gibt uns halt im zweier set bei kritischem treffer plus ein prozent buff auf kritischer treffer schaden für 20 sekunde bis zu 25 mustabel war also ist auf jeden fall etwas was man mitnehmen kann und auch sollte ansonsten wie gesagt ist auch hier die damage und damage gerollt die waffe bei mir als nächstes haben wir dann den deflektor aus der flotte bekommt man von der koloniewelt der flotte wenn die flotte weit genug ausgebaut ist kann man sich dort einen passenden deflektor raus hole dann aus dem manöver wettkampf ruf das wäre der ruf hier bekommen wir offensiver triumph impulsantrieb wobei bei diesem impulsantrieb halt vor allem vorherrschender antrieb überladen ziemlich interessant auch ist beim einsatz von feuer modus fertigkeiten von brücken offiziere plus 350 prozent fluggeschwindigkeit für fünf sekunden plus 350 prozent wendegeschwindigkeit im flug für fünf sekunden plus 15 verteidigungswert für 50 sekunden und plus zehn prozent erhöhtes wiederaufladetempo von taktischen brücken offiziers fertigkeiten für zehn sekunden gerade das wiederaufladen von taktischen brücken offiziers fertigkeiten ist dabei ausgesprochen interessant natürlich sind die rechtliche werte ahne zu vernachlässige gerade wenn es um des beat geht dann aus dem discovery ruf noch set bonus nämlich harmonischer mycel materie antimaterie warp kern und tillys schild zusammen gibt das wiederum zweier set bonus plus 120 prozent hüllen regeneration ist etwas was ich eigentlich jedem wärmstens empfehle kann der nicht so viel platze will nämlich die zwei sache aus dem discovery ruf mit zu holen also insgesamt sind es dann vier teile die immer aus dem discovery ruf hier in dem bild mit hole lockers konsole dark matter torpedo und warp kern plus schild wenn jemand romulanisches schiff wie warbird fliegt kann man auch ein singularitäts kern mit holen also auf der zweier bonus muss man nicht verzichten in dem in den heckwaffe haben wir dann eine normale rundstrahlende antiprotonen strahlenbank und das zweier baul set bestehend aus baulwächter antiprotonen strahlenbank die es aus dem lobby store gibt das zweier set bringt gleichgewicht der unterdrückung baul antiprotonen waffen springen erneut weiter andere antiprotonen waffen erhalten baul refraktion baul refraktion erzeugt plus 100 prozent bonus schaden baul refraktion ederschuss springt auf ein weiteres ziel über um dort fünf prozent schaden zu verursachen also das baul set sorgt dafür quasi dass meine normale rundstrahlen der antiprotonen strahlenbank die man sowohl aus der tauschbörse als auch durch f und e sicher selbst herstellen kann bekommt dass die antiprotone auch halt wie die normale baul antiprotone auf gegner überspringen können das kommt halt auch mit dem zweier set bonus plus halt beim zweier set bonus plus 100 prozent bonus schaden was was ich auf jeden fall schmecke lasse kann dann haben wir hinne noch ein baul antiprotonen geschützturm ja mir fliehe auf strahler das zeigt aber nicht dass man nicht ach geschützturm hinne drin haben kann in dem fall passt das ziemlich gut weil es halt zu meiner restlichen baul antiprotonen waffen halt passt also zu der thematik des schiffes passt auf jeden fall baul antiprotonen geschützturm kommt wie die baul dual strahlenbänke aus der infinity box oder der tauschbörse und dann kommen wir zu der universal konsole lockers konsole wie gesagt kommt aus this carry roof gibt uns 3 plus 3,9 prozent krit treffer chance plus 7,9 einstellung der waffenenergie und plus 155 schild durchsträngung plus halt der zweier set bonus den ich eben ja schon erwähnt haben dann haben wir aus der mission vertrauensvorschuss aus der aus dem episode strang klingonischer bürgerkrieg die fakiri folter maschine die gibt plus 39,4 prozent verstärkter zeitschaden außer umweltgefahren plus 39,4 prozent verstärkung für feuer strahlungs plasma und physischen schaden zeitschaden außer umweltgefahren hat eine chance von 10 prozent auf 1587,2 feuerschaden pro sekunde für die nächsten fünf sekunden die harmoniert sehr gut mit meinen baul waffen weil die baulwaffe halt strahlungs schaden verursachen wodurch sie halt mit dem hier gut zusammen arbeitet also gut zusammen harmoniert erhöht auf jeden fall die schade von meine baulwaffe wer allerdings hier mehr auf krit chance gehen will kann auch die konsole fakiri gegen eine fünfte schwachstellen lokalisierer konsole austausche die halt plus zwei prozent krit treffer chance gibt das kommt ganz darauf an wie ihr das haben wolle ich hand beides heißt ich kann zwischen beidem hin und her switche wenn ich will wie gesagt rein noch geschmack wiener das haben wolle favorisiere du nicht allerdings die fakiri folter maschine muss ich ganz klar sagen weil mir ehrlich gesagt dieser bonus auf strahlungs schaden diese verstärkung auf strahlungs schaden doch schon sehr schmeckt aber ist halt reine geschmackssache manche fliehen mit einem fünften lokalisator manche mit der folter maschine kann man machen wie man will bei der technik slots haben als nächstes dann die domino konsole die kommt vom bioranischen interceptor den man aus dem delitium store aus dem phoenix preispaket bekommt wenn man da goldener gutschein zieht bekommt man diese konsole die macht plus 15 prozent phaser schaden plus 20 genauigkeitswert allerdings das wichtige an der konsole ist halt der domino der den clicky waffenschaden und tempo wird durch tötungen verlängert für 10 sekunden 25 prozent feuertempo für energiewaffen erhöht also unser feuertempo plus 25 prozent alle schäden erhöht wiederum unsere schäden plus 25 prozent wieder auflade geschwindigkeit für brücken offiziers fertigkeiten das tut unsere fähigkeiten unser cooldown halt reduziere plus 100 prozent wieder auflade geschwindigkeit für torpedowaffe das ist ganz nett wenn man dann noch ein torpedow vorne drin hat wie ich jetzt zum beispiel der dark matter torpedow wenn sie einen gegner besiegen plus zwei sekunden für alle effekte kann nur zehn mal eintreten ist recht nett die kommt wie gesagt von diesem bioranischen interceptor schiff und kann halt nur geholt werden wenn man halt so einen goldenen preisgutschein aus dem phoenix paket zieht als nächstes hätte man die bioneuralen infusionskreisläufe die gibt es aus dem lobby store plus 29,5 hüllenkapazität plus 29,5 kontrollexpertise plus 26,2 prozent krit treffer schaden dann der hüllenbildrefraktor den kann man so viel ich weiß an der tauschbörse kaufen oder man bekommt es aus der infinity box wenn man hier so eine nette fraktionsübergreifende konsole oder geborgene konsolenkiste hat da kann man sich den dann rausholen plus 20 prozent alle schäden eingehende heilung die die max hülle übersteigen gewähren stattdessen 30 sekunden lang vorübergehende treffer punkte max gleich höhenkapazität dann halt noch die clicky bildrefraktor refraktoren tarnung antrieb ausgefallen 100 prozent der hülle über 20 sekunden wiederhergestellt nach drei sekunden 4975 unsichtbarkeit für 20 sekunden wiederherstellung von 100 prozent der hüllenkapazität antrieb ausgefallen minus fünf aktuelle schildenergie pro sekunde also der clicky ist oh shit clicky sozusagen wenn man den verwendet kann man sich vom platze vielleicht gerade noch so rette und ansonsten ist das mit dem plus 20 prozent alle schäden und diese eingehenden heilung ach recht nett als nächstes haben wir dann verlinkte baulwächter koordinierungs matrix die kommt wiederum auch aus dem lobby store und gehört zum zweier set mit der rundstrahlenden baulwaffe die macht plus 35 prozent antiprotonschaden plus 3,9 prozent hüllenkapazität entfernt einen eingehenden kontrolleffekt und macht sie fünf sekunden lang immun gegen kontrolle ist also ziemlich gut gehe kontrolle allerdings wie gesagt im zweier set mit der baulwaffe ist das einfach super für dieses baul antiprotone bild dann haben wir aus dem lobby store noch den tachio kinetischen umwandler plus 29,5 kontrollexpertise plus 39,4 prozent entwendige schwindigkeit im flug plus 1,3 prozent krit treffer chance plus 30,1 prozent krit treffer schaden also erhöht krit treffer schaden und krit treffer chance als nächstes haben wir dann bei den wissenschaftskonsolen alter miet modifizierter schwarm prozessor kommt ebenfalls aus dem lobby store entsendet automatisch eine alter miet drohne zur unterstützung 30 sekunden wieder aufladezeit plus 3,9 prozent krit treffer chance plus 35 genauigkeitswert und hauptsächlich für jeder krit treffer chance wird diese konsole auch mitgeholen dann der m6 computer der m6 computer ist der ersatz für die konsole aus dem atlas threadnaut der atlas threadnaut bekommt man als föderationscharakter entweder für 1,5 milliarde an der tausche oder oder aus der infinity box wenn man einen k6 gutschein zieht wem das zu teuer ist und wer nicht 1,5 milliarde ausgeben möchte für halt diese konsole die wirklich mega gut ist der kann sich den m6 computer holen der m6 computer ist die billige alternative sozusagen und kommt aus dem temporalen schiff im rang eines commanders für ich glaube ungefähr 50 bis 70.000 denitium nachher mich nicht darauf fest die schande preis jetzt nicht auswendig im kopf ist auf jeden fall mit reinem delitium zu bekommen man muss halt nur im rang eines commanders sind und dann kann man sich halt diese konsole holen die konsole gibt uns verbesserte taktik computer als clicky plus 15 prozent alle schäden für 15 sekunde plus 25 prozent verringerung der abklingzeit von taktischen brückenoffiziers fertigkeiten wo man bei brückenoffiziers fertigkeiten beim cooldown sind 20 prozent feuerzyklus tempo für alle waffen für 50 sekunde das heißt sie erhöht unser feuerzyklus an umo massiv plus das anahe wo man hand für feuerzyklus ist das ziemlich cool plus 30 genauigkeitswert plus 30 verteidigungswert also die konsole kann ich auch wärmstens empfehle und zwar für so ziemlich jedes bild eigentlich zumindest für so ziemlich jedes bild wo halt auf strahlewaffe geht oder generell auf kanone strahlewaffe etc epg ist doch noch mal ausnahme aber da kommt man später bei an bei späteren bilds darauf zurück als nächstes haben wir dann vier taktik konsole und zwar die schwachstellen lokalisierer die bekommt man aus der flotte aus dem flottes bayer um genau zu sind 39,4 prozent antiproton schaden plus zwei prozent krit treffer chance erhöht also unsere krit treffer chance deswegen gänseach hauptsächlich mit geholt wie gesagt man kann fünf mithole oder vier das kommt ganz darauf an wie man es halt haben will was einem eher freude macht eher liegt oder man kann beides mit holle und hin und her switche kann man auch machen das ist jedem halt freigestellt in dieser konstellation haben wir dann hier folgende werte genauigkeitswert 79,8 krit treffer chance 49 prozent kritischer treffer schaden 192,1 prozent und die hülle liegt ungebufft bei 112.000 k rund als nächstes kommen wir zu der eigenschaften und da hätte man als allererstes die persönlichen raumeigenschaften hätte man als allererstes strahlenwaffenausbildung überragend plus 7,5 prozent zusätzlicher strahlenwaffenschaden standardmäßig gibt es nur die normale strahlenwaffenausbildung allerdings wenn man auf die flotte k 13 station glaube ich ist es geht kann man sich das ganze auf überragend upgraden als nächstes samaterranische zielsysteme plus 15 prozent kritischer treffer schaden eingehende kritische treffer reduzieren fünf sekunden lang ihre geschwindigkeit um zehn prozent maximal einmal alle 15 15 sekunden bekommt man aus der infinity box oder aus der tauschbörse du landen einfach bekommt man ebenfalls infinity box oder tauschbörse plus fünf prozent alle schäden für zehn sekunden und plus fünf genauigkeitswert für zehn sekunde wann immer sie oder ein team mitglied ein gegner besiegen dann haben wir noch fragment von ki technologie plus 15 prozent energiewaffenschaden basierend auf kontrollexpertise max plus 30 prozent bei 300 kontrollexpertise plus 50 kontrollexpertise die kommt ebenfalls in aus der infinity box oder der tauschbörse dann haben wir flotten koordinator das ist eine standard fähigkeit plus zwei prozent alle schäden pro team mitglied anwender zählt dazu bis zu zehn prozent in die lücke das ist wiederum etwas aus der tauschbörse oder aus der infinity box wird ein gegner getötet erleiden nahe feinde ein widerstands debuff inspirierender anführer ebenfalls aus der infinity box oder aus der tauschbörse zehn prozentige chance dass das aktivieren einer brücken offiziers fertigkeit plus zehn meisten raumschiff fähigkeiten für 15 sekunden dann aus der infinity box oder der tauschbörse die adaptive offensive sie erhalten 2,7 prozent krit treffer chance wenn sie einen kritischen treffer landen werden aus 0,9 prozent krit treffer chance 3 prozent krit treffer schaden für zehn sekunden max 9 prozent krit treffer schaden die unkonventionellen systeme ebenfalls aus infinity box oder der tauschbörse der einsatz einer kontrollbrücken offiziers fertigkeit gewährt minus sieben prozent abkling zeit auf universal konsolen und dann aus lobby store oder der tauschbörse der bäumler effekt 17,5 prozentige chance sie verkürzen die wiederaufladezeit aller anderen brücken offiziers fertigkeit wieder auf das geteilte niveau bäumler effekt ist wärmstens jedem zu empfehlen es ist einfach mega geil die fähigkeit kommen wir zu der raumschiff fähig raumschiffe eigenschaften da hätte man als erstes die kritischen systeme verbessert auf mich selbst 3 prozent krit treffer chance für 15 sekunden beim einsatz einer notenergie brücken offiziers fertigkeit auf mich selbst plus 15 prozent krit treffer schaden für 15 sekunden beim einsatz einer notenergie brücken offiziers fertigkeit die fähigkeit kommt vom zeit agende also wenn man sich eine zeit agende rekrute erstellt hat kann man das hier freischalten als nächstes kommt dann herz von sol angriffsmuster beta oder eine beliebige brücken offiziers fertigkeit in klammern zeit agende fertigkeit zehn prozent feuerzyklus tempo für 20 sekunde plus fünf prozent bonus phaser schaden für 20 sekunde bonus phaser schade ignoriere mal hier weil wir auf antiprotone gehen allerdings ist das feuerzyklus tempo ziemlich nice die fähigkeit kommt von einem raumschiff und zwar kommt die fähigkeit vom temporalen schämmer da vanguard kriegsschiff dann notenergie waffen zyklus bei notenergie zu waffen minus 50 prozent waffen energie kosten für 30 sekunde und wiederum 20 prozent feuerzyklus tempo für energiewaffen für 30 sekunde wiederum eine nice fähigkeit die von ebenfalls einem k6 schiff kommt und zwar von der arbeiter hier dann haben wir als nächstes terranischer abschied drin wenn sie einen gegner besiegen plus 25 genauigkeitswert für 20 sekunden plus fünf prozent krit treffer chance für 20 sekunden bis zu dreimal stapelbart der terranische abschied kommt von der mirror constitution einem schiff welches mal zum beispiel bekommt wenn man es jahresevent abgeschlossen hat und sich dann hier ein premium k6 schiff ihrer wahl halt einfordert oder man kann es auch kaufen also es ist ein handelbares schiff man kann es auch kaufen zum beispiel findet man es allerdings nicht an der tauschbörse sondern in sogenannten trading channel dann hätte man als nächstes kaltherzig während dies aktiv ist belegen energiewaffen einmal pro feuerzyklus gegner mit kaltherzig jeder stapel von kaltherzig bewirkt minus 9,1 prozent fluggeschwindigkeit für 15 sekunden minus 10 alle schäden widerstands bonus für 15 sekunden minus zwei auf die aktuelle und maximale energie aller subsysteme für 15 sekunden maximal fünf mal stapelbar wird aktiviert durch hilfsenergie zu batterie also durch die fähigkeit hilfsenergie zu batterie das wäre diese hier und kaltherzig der trade kommt von einem weiteren schiff aus der phönix preiskiste nämlich von dem breen schiff dort ich habe nur leider jetzt mittlerweile den name vergessen von dem schiff kommt kaltherzig und last button und least vernetzte taktische matrizen bei aktivierung von torpedo großflächig wendet auf selbst feuerfrei 1 und streusalbe 1 an bei aktivierung von feuerfrei oder streusalbe wendet torpedo großflächig 1 auf mich selbst starrn diese fähigkeit kommt ebenfalls von dem k6 schiff aus dem cent store nämlich vom gargari wundertäter schlacht kreuzer das ganze wird ergänzt durch raumruf fortgeschrittene zielsysteme plus 20 prozent krit treffer schaden tylers duality plus 4,8 prozent krit treffer chance basierend auf hüllen kapazität maximal 7,5 prozent bei 200.000 hüllen kapazität präzision plus 5 prozent krit treffer chance energierefrequenzierer erhalten sie 9,4 prozent ihres verursacht schadens als höhenheilung und radianz detonations matrix auf ziel 2,5 prozentige chance 1644,5 strahlung schaden im umkreis von 1 kilometer um das ziel zu entfernt um das ziel und entfernt einen buff die fähigkeit ist auch hauptsächlich weil ich halt baul antiprotone fliehe mit dabei der aktive raumruf ist standardmäßig wie immer das gleiche an die zeitverstrickung biomolekulare schildregenerator quantensingularitätsmanipulation sensorinterferenzplattform und tetrion refraktionskaskade als nächstes kommen wir dann zu der stationen stationen neuerdings kann jeder sich romulana hole bei der flotte ist jedem zu empfehlen weil die romulanische brückenoffiziere komme mit romulanischem agent überragend plus krit und kritischer treffer schaden reduzierte abklingzeit der tarnung bekommt man wie gesagt bei der flottenbotschaft wenn man sich dort die holt sind allerdings nicht gerade billig dementsprechend habe ich meine brückenoffiziere natürlich alle mit romulana ausgerüstet und natürlich auch fähigkeiten dementsprechend verteilt so bei der brückeoffiziere hätte ich dann als erstes vergiss es dabei macht minus 331 kälte schade alle 1 sekunde für 20 sekunden ignoriert schilde und minus 5 alle schäden widerstandsboni auf mein gegner halt dann hilfsenergie zu batterie das haben wir hauptsächlich für dem passende raumschiff trade kaltherzig dabei um den zu triggern plus 10 einstellung der waffenenergie für 10 sekunden plus 10 einstellung der schildenergie für 10 sekunden plus 10 einstellung der antriebsenergie für 10 sekunden minus 24 hilfsenergie einstellung für 10 sekunden dann notenergie zu waffen 3 ist hauptsächlich dabei um unsere waffen halt zu pushe repariert deaktivierte waffensysteme plus 16,6 prozent zusätzlicher energiewaffenschaden plus 40 einstellung der waffenenergie beim takt beim taktiker haben wir dann torpedo großflächig 1 das ist wenn man torpedos unter front dabei haben da bietet sich das an chemo sieht umhandelte waffensysteme 2 verstärkt nochmal unsere waffen für 10 sekunden 2469,4 strahlungs schaden auf gegner im umkreis von einem kilometer minus 12,5 auf alle schadenswiderstände auf alle gegner im umkreis von einem kilometer energiewaffen haben eine chance von 10 prozent den effekt auszulösen für eure projektile stets eine explosion hervorrufen und strahlenbank feuerfrei 3 haben wir halt vor allem deswegen dabei weil wir auf strahlenbänke fliehe da könnte man entweder könnte man strahlenbank überladung 3 mit hollo oder strahlenbank feuerfrei 3 ich gehe hier auf feuerfrei weil ich halt hier auf fire at will fliehen will es gibt leute die fliehen lieber auf überladung in beiden fällen ist strahlenbank der dritte rang zu bevorzuge und mitzunehmen verbessert ihre strahlenwaffen für 10 für 10 sekunden feuerzyklus feuer 5 angriffe ab zuvor 4 angriffe treffen 2 zufällige ziele pro zyklus angriffe verursachen 90 prozent ihres normalen schadens angriffe verfügen über 30 weniger genauigkeit beim zweite taktiker haben wir dann als allererstes die wundertäter fähigkeit warp kern destabilisieren 1 dabei wirkt sich auf toter oder lebendiger gegner aus 10 kilometer entfernung 0,25 sekunden aktiviert 45 sekunden wieder aufladezeit 350,8 strahlungs schaden alle 1 sekunde für 15 sekunden ignoriert schilde wenn das ziel innerhalb von 15 sekunden stirbt explodiert es erneut 6864,6 kinetischer schaden auf gegner im umkreis von vier kilometer dann die taktik fähigkeit angriffsmuster beta 1 ist eigentlich standard angriffsmuster wo man eigentlich in fast jedem bild mitholt wo ich bisher gesehen haben findet unter umständen anwendung 0,5 sekunden aktiviert 15 sekunden wieder aufladezeit verbessert ihre waffen für 15 sekunden auf getroffene ziele nicht stapelbar minus 30 alle schaden widerstands boni für fünf sekunden minus 120 tarnung für fünf sekunden für fünf sekunden beim zweite techniker haben wir dann notenergie zu antrieb 1 dabei repariert deaktivierte antriebe plus 40 fluggeschwindigkeit für 30 sekunden plus 2 wendegeschwindigkeit im flug für 30 sekunden plus 20 einstellungen der antriebsenergie für 30 sekunden dann haben wir gezielte energiemodulation 1 dabei plus fünf prozent schild durchdringung für energiewaffen für 20 sekunden plus fünf prozent rüstungs durchdringung für waffen für 30 sekunden wiederum zwei wundertäter eigenschaft des sensorbandbreite einschränken 3 für 10 sekunden 50 prozent bis 20 prozent bonus auf energiewaffenschaden mir fliehe energiewaffe passt also perfekt immun gegen platz platzate immun gegen verwirren plus 50 genauigkeitswert entfernt entfernt bei aktivierung besänftigen und verwirren verwirrtheit effekte dann bewaffnungssynergie 3 für 10 sekunden durch aktivierung von strahlen waffen kanonen minen oder torpedos erhalten sie 50 prozent plus 50 prozent alle schäden für die anderen drei waffenarten und last but not least hammer traktor strahl 1 dabei 93,4 kinetischer schaden mal 25 ignoriert schilde reduziert die dreh- und fluggeschwindigkeit für 10 sekunden deaktiviert tarnung spezialisiert bin ich hier auf spionage und strategie und die mannschaft sieht folgendermaßen aus da hätte man zuerst mal das notfallcon hologram das gibt es ebenfalls aus dem phoenix preispaket kann man sich das hole ladet ausweich manöver neu auf wenn notenergie zu antrieb aktiviert wird dann aus der tauschbörse habe ich mal ein projektivwaffen offizier geholt chance beim abfeuern von projektivwaffen einen stapelbaren buff auf die krit treffer chance zu erhalten weil man ja torpedos unter front noch drin haben plus zwei energiewaffen offiziere die den gleichen effekt bei energiewaffe verursache dann aus der infinity box haben wir uns einen borg doff gezogen 22 von 47 bei technik fähigkeiten 15 prozentige chance verbesserung des kritischen treffer schadens um 20 prozent für 30 sekunden bei spionage mir haben spionage drin 30 prozentige chance verbesserung der panzer durchdringung um 50 für 30 sekunden und last button und least haben wir dann noch horatio drin für box to bed also für diese fähigkeit hier hilfs energie zu batterie wobei das auch nur kleine spielerei von mir ist ist nicht zwingend notwendig die energieeinstellung hierbei ist wie folgt waffenenergie ganz hoch gezogen dann schloss rein und als nächstes die antriebsenergie hoch und schloss rein schilde und hilfsenergie wird hier ignoriert die rotation sieht wie folgend aus vier und fünf ist die haupt rotation bestehend aus notenergie zu waffen 3 als erstes dann strahlenbank feuerfrei 3 dann kommt noch eine batterie der energieverstärker kann man sich beim fone selbst herstelle angriffsmuster beta 1 chemosite umwandelte waffensysteme 2 bewaffnungs synergie 3 sensor bandbreite einschränken 3 warbkern destabilisieren 1 vergisses 1 gezielte energie modulation 1 traktor strahl 1 hilfsenergie zu batterie 1 spionageflotte 2 flottenunterstützung 3 und temporaler vermittler den bekommt man aus dem delta rekrut das oh shit keybind quasi oder heilungs keybind besteht aus auftreffer gefasst man 3 technische flotte 3 weil ich bin techniker nadion inversion 3 schildfrequenz wechseln 3 biomolekularer schildgenerator und sensor als sensoreninterface plattform zu ignorieren sind hier die energie zu linken schild umleide und so weiter die gen vom spiel irgendwie immer wieder drin gesetzt warum auch immer das ist halt so dann haben wir auf einem extra keybind die domino konsole verbesserter taktik computer fokussierte raserei eps energieübertragung 3 und intrusive energie umlenkung und last but not least ebenfalls extra torpedo großflächig 1 auf meine clicky auf meinem clicky board haben wir dann noch ausweich manöver und notenergie zu antrieb plus wunderbare reparatur und die verstärkungseinheiten und hier haben wir auch dann noch die bildrefraktoren das ist alles in allem das fertige für mich persönlich fertige gagarin bild auf baul antiproton fire at will und ich würde sagen wir testen das ganze jetzt einfach aus wir sind nicht nur auf die 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020